Es ist völlig egal, was da draußen passiert. Die Marktteilnehmer sind guten Mutes und sie lassen sich das Ganze nicht kaputt machen. So hat man zumindest mal den Eindruck. Gucken wir mal ganz kurz beim Dow Jones auf den 5-Minuten-Chart. Das war noch 15 Uhr ungefähr hier unten. Dann war die Eröffnung. Dann haben die Marktteilnehmer gesagt, dann lasst uns mal wieder tapfer einkaufen. Dann gab es um Viertel vor 4 und um 4 Uhr noch mal ein paar Daten. Können wir mal einen kurzen Blick drauf werfen, was das war. Das war der ISM Manufacturing PMI, also der Einkaufsmanager-Index des produzierenden Gewerbes. Und der war gar nicht so doll. Er war immerhin besser als zuvor mit 46,4, aber er war schlechter als erwartet. Und dementsprechend eigentlich jetzt nicht Grund zum Feiern wirklich. Die Marktteilnehmer haben gesagt, wie interessiert denn sowas. Da haben wir gar kein Interesse daran, an den Informationen, was es daraus gibt. Es gab heute Nachmittag noch einen anderen PMI, der ist auch unter 50 gewesen, allerdings immerhin erwartungsgemäß. Das war um Viertel vor 4. Im Endeffekt kann man sagen, ist ja alles egal. Kaufen ist angesagt. Das ist natürlich ein bisschen dünnes Eis. Man kann natürlich darauf hoffen, dass, selbst wenn die Daten noch nicht so richtig toll sind, die Inflationsdaten entspannen ja sich so langsam. Aber sicher, dann ist ja die Chance da, dass dann die FED gegebenenfalls auch wieder ein bisschen was tut für uns Marktteilnehmer. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob die Welt, ja, es kann doch gar nicht so schlecht sein. Was rede ich so komisch heute? Gar nicht so bullisch. Doch, doch, ich bin natürlich bullisch und zwar nicht aus Überzeugung, weil dafür tausend gute Gründe bestehen. Das habe ich längst aufgegeben, sondern weil die Marktteilnehmer kaufen. Und dann ist das eben ein bullisches Bild. Im Übergeordneten hat sich das beim Dow Jones auch nicht verändert. Ihr seht hier nochmal so die quasi seit dem letzten Herbst Anstehkorrektur, Anstehkorrektur immer kleiner werdend. Aber das heißt nicht, dass es kleiner wird im Sinne von, das hört jetzt langsam auf, sondern eigentlich, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel, das ist jetzt nicht so, dass es genau so kommt. Aber eigentlich lösen sich diese Dinger auf, indem im Nachgang, also wenn wir hier, ich mache es mal von hier, zack, Pause, zack, kleine Pause, zack, kleine Pause, zack, mittlere Pause und danach käme wieder die größere, also diese hier. Aber ihr seht, das sind alles welche, die noch dafür sorgen müssten eigentlich, dass es weiter nach oben geht. Das ist jetzt mal nur so ein Beispiel, aber ich will euch nur zeigen, dass immer so gleiche, ähnliche Korrekturen in Trendrichtung, und ich würde sagen, Trend aufwärts haben wir ja nun mal aktuell, paarweise auftreten, überlappungsfrei. Also das, was wir hier haben, das wäre dann das Pandor zu dem und das, was wir dann hier irgendwann bekommen, wäre das Pandor zu dem. Und anschließend müsste es sogar noch weiter hoch, 40.000, wir kommen. Na gut, ob das wirklich so hoch geht, weiß ich nicht, ich hatte ja mal die 38 ausgerufen. Aber tatsächlich, wenn es sich dieses Muster sich so arg entfalten sollte, ist ja nicht sicher, dass es das passiert, aber es wäre eben sehr typisch, sehr normal, ein ganz klassisches charttechnisches Verhaltensmuster, dann wird es wahrscheinlich bei 38 gar nicht bleiben, sondern auch locker bis 40 gehen. Es ist natürlich die Frage, soll man dann jetzt noch kaufen? Und da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Das hängt sehr davon ab, wie ihr mit den Stops umgeht, weil ihr müsst damit rechnen, dass auch mal ein Rücksetzer wieder erfolgt. Das ist also nicht außen vor. Und wenn mal ein schlimmer Rücksetzer kommt, dann kann es auch ganz schnell werden, denn aktuell denkt keiner so richtig an die Absicherung. Das verrät der Kurs, das verrät die Kursbewegung aktuell und das verraten auch die Preise bei den Absicherungsinstrumenten, bei den Optionen. Die sind günstig wie eh und je, hätte ich fast gesagt, nein, wie schon lange nicht mehr, so muss man sagen. Und dementsprechend keine wirkliche Begeisterung jetzt hier. Sie muss was für die Abwärtsseite tun. And up she goes. Das ist die einzige Richtung, in die es gehen kann. So scheint es zumindest mal. Mein Hinweis, also die bullische Seite, ich finde sie charttechnisch, sieht alles nach bullisch aus. Da machen wir uns nichts vor. Da können wir jetzt eine Stunde drüber lamentieren. Es müsste eigentlich mal runtergehen. Die Marktteilnehmer aktuell wollen es nicht. Und dann bin ich der Letzte, der dann sagt, ihr müsst aber, was soll man da tun? Aber seid vorsichtig, rechnet mit Rücksetzern. Ich habe euch so häufig jetzt die Größenordnung genannt. Witzigerweise hier die Zeichnung inzwischen rausgenommen. Eine Orientierung könnte jetzt zum Beispiel eine ähnliche Größe sein, die wir hier hatten, als Rücksetzer. Das kann man ja relativ schnell anlegen. Dabei sollte es allerdings nicht überschneiden. Das heißt, idealerweise sollte der Rücksetzer irgendwo oberhalb dieser Marken bleiben. Das ist Mitte Juni hoch. Das ist relativ leicht zu finden. Also wenn es runterkommt. Im Moment kommt es ja nicht runter. Aber falls es runterkommt, Rücksetzer dieser Größenordnung müsste man halt aussitzen. Oder man geht halt noch viel kleiner. Das geht dann natürlich auch. Dass man eben sagt, naja gut, wenn wir jetzt hier doch so einen tollen Nachmittagsanstieg haben, wenn es nachher mal ein bisschen korrektiv runtergeht, dann haben wir doch die Chance, da wieder einzusteigen. Und dann kann man natürlich auch enger den Stops unter diese Tiefs setzen. Einstiegs wäre dann da. Und wer mich kennt, weiß, wir machen es auf die 78er Marke. Haben einen statistischen Nachteil dadurch, aber einen Chance-Risiko-Vorteil, der typischerweise etwas größer ist als der statistische Nachteil. Aber das ist jetzt Finanzmathematik. Müssen wir nicht jetzt super ausbreiten. Trotz alledem, also im Moment, es sieht danach aus, als ob die Marktteilnehmer einfach den Eindruck vermitteln wollen. Kaufen, kaufen, kaufen. Solange wir diese relevanten Unterstützungs-, ich weiß gar nicht, ob ich es Unterstützung nennen will, aber zumindest mal relevanten Bruchmarken, solange wir überlappungsfrei in ähnlichen Korrekturgrößen unterwegs sind nach oben. Was soll man da sagen? Shorten? Naja. Beim S&P hatten wir, der ist immer noch nicht getriggert. Der gilt immer noch. Also wenn ihr sagt, Mensch, ich will noch einen Einstieg haben. Also für mich gibt es zwei Varianten für einen Einstieg. Variante 1 ist immer, es kommt mal ein bisschen zurück. Das finde ich immer ganz toll. Der Rücksetzer könnte ungefähr in dieser Größenordnung passieren. In etwa, das wäre diese grüne Marke hier. Wer es nicht lesen kann, 4.500. Ganz grob. Das kann ein bisschen drunter sein, kann auch ein bisschen höher. Das ist jetzt kein Versprechen. Aber wir haben auf dieser Höhe auch so ein bisschen Unterstützung aus alten Hochs. Also ich sage mal so, der Verdacht liegt nahe, dass an der Stelle durchaus, wenn der Kurs überhaupt runter käme, eine Wende realistisch ist. Und das könnte dann für die Spätbullen oder für die Aufstocker, die sagen, da geht auch noch ein bisschen was, kann ich nochmal erweitern. Wären das durchaus Möglichkeiten, um hier gegebenenfalls auf die Long-Seite nochmal im Umfeld. Das muss nicht jetzt exakt an dieser Marke, das ist zwar, das suggeriert das hier mit den vielen Marken, aber irgendwo in dem Umfeld kann ein bisschen höher sein, kann ein bisschen tiefer sein. Aber dort ist ein Rücksetzer relativ realistisch. Wenn er da durchgeht, also auch massiv durchgeht, dann wären wir erst wieder in dieser Geschichte hier jetzt. Und dann wäre das die nächste grüne Marke, 4.270 in etwa, mit der man dann rechnen muss. Also insofern, also entweder da drunter irgendwo den Stop machen, um den nächsten größeren abzumildern oder abzufedern. Den wollen wir dann nämlich nicht mehr haben oder er müsste eben enger unterwegs sein. Wer eine andere Idee braucht, ja was passiert, wenn er jetzt aber nicht mehr zurückkommt, dann haben wir hier eine Geschichte. Das seht ihr hier in dem blauen Balken, wie der genau gehandelt wird. Das habe ich im Trade des Tages vor einigen Tagen angegeben. Da seht ihr die genauen Marken nochmal, wo der Ein- und der Ausstieg ist und wie das Ganze eben zu machen ist. Beziehungsweise habe ich im Board for Trading ebenfalls versendet, will ich jetzt hier nicht nochmal drauf eingehen. Nur nochmal zur Erinnerung, der ist noch nicht getriggert, gilt natürlich immer noch. Der gilt so lange, bis die von mir genannten Marken durchstoßen sind, dann ist das entsprechend obsolet. Aber wie gesagt, dazu gibt es ja mehr zu lesen, ihr könnt es ja ganz einfach machen. Also insofern, Rücksetzer ist nicht auszuschließen, aber offensichtlich ist die Bereitschaft für ordentliche, also tiefere Rücksetzer in dieser Größe, also ist ja noch nichts Schlimmes, ist bisher noch relativ unausgeprägt. Na gut, soll so sein. Dann geht es halt erst nochmal weiter nach oben. Ein bisschen suggeriert, dass der 4-Stunden-Chart, ich mache mal hier so eine Andeutung, das hat so ein bisschen was mit 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt wäre doch eigentlich so eine Korrektur ganz gut. Ich zeichne das mal mit Fibonacci mit ein, tiefster Punkt, höchster Punkt und der Rücksetzer sollte idealerweise in diesen Bereich rein. Da ist er schon. Jetzt ist halt noch so ein bisschen die Frage, ist das schon die fertige Korrektur oder macht er uns ein dreiwilliges Verlaufsmuster? Das dreiwillige hätte ich an der Stelle ein bisschen lieber, vereinfacht gesprochen, ein bisschen lieber, weil dann hätten wir hier einen etwas sinnvolleren Einstiegspunkt. Das andere wäre etwas schwieriger, dann wäre hier oben eigentlich erst oder ihr geht auf einen kürzeren Zeitrahmen drauf ein. So, jetzt sehe ich, jetzt nach 16 Uhr, also bis 16 Uhr war noch alles in Ordnung, 16.05 Uhr war alles in Ordnung, jetzt sind sie wohl aufgewacht in den letzten paar Sekunden. Haben gesagt, vielleicht doch nicht so toll die Nachricht. Auf jeden Fall kommt jetzt der Kurs ein bisschen runter. Naja gut, wir werden sehen, wie es hier im Nahkampfchart ist. Im Moment tut sich der Markt ein bisschen schwer. Dort sehen wir, dass wir in den letzten Tagen nicht so richtig Vortrieb hatten. Also wenn man das mal so zusammenfasst, so richtig viel passiert ist da seit, was war das? In etwa, machen wir mal von hier aus, geht 18. Juli nichts mehr. Aber es ist in einem bullischen Bild und dementsprechend gibt es natürlich schon eine realistische Chance, dass da sich auch noch weiter ein bullischer Markt erwächst. Selbst wenn der Rücksetzer nochmal ein bisschen in die genannten Marken da zurückfällt, wäre das noch kein Killer. Da drunter allerdings werde ich hellhörig. So, dann gucken wir, 15.000 wäre beim Nasdaq, das ist für viele natürlich schon ziemlich weit entfernt. Da sagt man, da sind ja auch noch fast 1.000 Punkte oder 760. Wenn er dann nochmal unter, also fast 1.000 Punkte, wenn er hier auf 14.800 nochmal runter geht, damit müssen wir halt rechnen, dass das passiert. Es ist also nicht so abwegig, dass wir, wenn wir so eine Bewegung haben, dann hier eine größere Korrektur, zack, eine kleinere Korrektur, dann hier vielleicht jetzt wieder irgendwie so eine kleinere schon gehabt haben. Das habe ich jetzt schlecht, da habe ich nämlich eine aus Versehen weggelassen. Aber wenn ich es nochmal zeichne, wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Also ich lasse mal den vorderen Teil weg, das haben wir schon als eine Möglichkeit einer komplexeren Korrektur. Also von mir aus kann ich es auch nochmal schnell zeichnen. Irgendwie sowas in der Art könnte das die erste gewesen sein. Dann sind wir hier dann unterwegs, die etwas größere, kleinere, wieder die kleinere, jetzt vielleicht wieder die größere. Das wäre also das Pendant dieser Bewegung, das. Und anschließend dann die Aufwärtsbewegung nochmal. Also ihr seht, das sind alles nur Aufwärtsszenarien, selbst bis dahin rechnet. Aber damit, dass das tatsächlich noch ansteht. Ich habe irgendwie den Eindruck, das müssen wir noch abfrühstücken. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt tatsächlich passiert. Aber die S&P-Marke habe ich euch gezeigt. Die Nasdaq-Marke zeige ich euch jetzt hier gerade. Also irgendwie habe ich den Eindruck, die Ecke, das wäre noch was, da nochmal kurz vorbeizugucken. Und dann könnte man ernsthaft nochmal gucken, um da nicht nochmal einzusteigen, für nochmal eine Fortsetzung nach oben, wenn dann der Kurs so ein bisschen die Andeutung macht für nach oben. Also bis dahin ist es übergeordnet bullisch, aber aktuell muss man so ein bisschen das mit einkalkulieren. Guckt euch mal diese Bewegungen an, so richtig der Burner auf der Aufwärtsseite, auch im 4-Stunden-Chart. Man hat irgendwie den Eindruck, nee, das ist es noch nicht. Also wenn ich das angucke, das war die Abwärtsbewegung, dann gucke ich mir hier die Aufwärtsbewegung an. Er sagt selber was zu der Aufwärtsbewegung, ob ihr die so superklasse findet. Irgendwie hat man den Eindruck, ja komm, dann lass ihn halt nochmal einmal runtergehen. Also das wäre so der Verdachte. Das Gegenmodell wäre, wenn er nach diesem relativ starken Anstieg dieses Zwischenhoch hier reißt. Also ihr kennt ja das Prinzip, Schub, Pause, Mittelstück, da ist der Einstieg für die Fortsetzung. Fällt er weiter, geht er hier nie durch, ist es also auch nicht kritisch. Wenn ich aber meine Short-Überlegung, ja, aber wenn er hier nicht durchgeht, dann ist es ja egal, dann ist ja auch nicht die Short-Überlegung. Also insofern mehr oder weniger beide Szenarien denkbar, aber immer erst, wenn er diese Marken zum Beispiel gebrochen hat. Der ist jetzt hässlich tief hier, vielleicht kriegen wir da noch einen schöneren Einstieg. Aber das sind die groben Erwartungshaltungen. Dazwischen ist eigentlich erstmal niemals Land. Also wenn ihr mich jetzt sagt, jetzt Long oder Short, ja nichts, gar nichts machen. Ja, Long, wenn wir dieses Zwischenhoch hier, das ist 15.890 beim Future gemessen, 1. August 0 Uhr ungefähr, irgendwie mitten in der Nacht, zumindest aus europäischer Sicht zur Nachtschlafender Zeit, diese Zwischenhochs hier, das wären mögliche Long-Trigger. Warum? Weil Schub hoch, Weile wackelig runter. Das wäre ein Long-Trigger und die Abwärtsseite nicht ganz so schön. Ich mag das nicht, wenn der Trigger so eng bei dem ist. Aber zumindest wäre dann diese Korrektur spätestens an der Stelle wohl erstmal vorläufig beendet und diese 15.000er-Geschichte mit Chance auf 14.800 wäre dann vielleicht sogar auch nochmal ins Spiel gebracht. Also das sollte man dann vielleicht auf der anderen Seite nochmal mit berücksichtigen. Und dazwischen ist erstmal niemals Land. Es sei denn, er macht jetzt hier irgendwie wieder auch was intern, fünffällig, korrektiv. Dann habt ihr eine Idee, ist das der Trigger für die Fortsetzung. Dann müsst ihr nicht auf den warten. Das wäre mir fast noch lieber. Da muss man nämlich nicht so tief einsteigen, da kann man ein bisschen höher shorten. Aber wenn ich von Short rede, rede ich beim Index von einem vorläufigen Zwischenshort. Das ist also jetzt nicht der Short mit Erwartungshaltung, wir fallen auf 0, sondern der Short mit Erwartungshaltung. Gucken wir mal, was um die 15.000 ungefähr passiert. So, abschließend nochmal einen Blick auf den DAX. Der hatte ja gestern, eigentlich wunderschön, Schadtechniker lieben sowas, nicht nur ein neues Allzeithoch gemacht, sondern eine Umkehrkerze gezeigt. Nämlich, ihr seht das hier oben, ein Shootingstar. Das alleine ist sicherlich jetzt kein Beweis, dass der Markt dort dreht, aber immerhin am höchsten Punkt. Und viele erinnern sich, dass ich immer wieder sage, wenn der Kurs neue Hochpunkte macht, rechnet damit, dass der Kurs erstmal nach unten weg geht. Und er hat hier in dem Fall sogar noch ein Umkehrsignal hier eben gezeigt. Insofern ist es durchaus nachvollziehbar, dass der Kurs runterkommt. Macht er im Moment gerade. Also insofern Chancen auf sogar noch mehr Abwärtsbewegung. Und da wird es jetzt so ein bisschen, wo ich noch nicht so ganz genau weiß, wie glücklich ich mit der Situation bin. Warum? Der Rücksetzer, den wir hier jetzt im Moment haben, ist völlig in Ordnung von der Größe im Vergleich zu dieser. Und es gibt noch keine Kursüberschneidung. Ihr seht, der ist noch oberhalb der Hochmarke von, was war das, 18. Juli, 16 Uhr irgendwie was, bei ungefähr 16.238 beim Future. Äh, nicht Future, das ist der DAX-Index, den ich hier jetzt drin habe. Also alles insofern noch in Ordnung. Das Problem ist nur, der ist halt hässlich impulsiv, also einwellig runter, wo ich doch Korrekturen so gerne mag, wenn sie dreiwellig sind. Korrekturen sind gerne dreiwellig normalerweise. Ja, oder irgendwie wackelig. Das klingt ja immer sehr blöd, wenn man sagt wackelig, aber machen wir uns nichts vor, wenn das ein Anstieg ist, so sieht wackelig aus, beispielsweise. Wenn das ein Anstieg ist, so sieht wackelig irgendwie aus. Ja, also vergleicht einfach die eine Seite, die stark ist, mit der anderen Seite, die eben dauernd hin und her geht. Dann habt ihr eine ganz grobe Orientierung. Das ist nicht immer der Fall, aber es ist ein ganz guter Orientierungspunkt, so wie wir es hier eben auch hatten. In dem Fall Seitwärtskorrektur, so wie es aussieht. Wackelig hier runter, beziehungsweise vielleicht auch sogar noch von dort aus gesehen, die gesamte Korrektur. Ich würde fast sogar eher sagen, bis dahin. So, also insofern, ich bin mal vorsichtig, optimistisch und sage, solange wir diese Marke noch nicht durchstoßen haben, das ist das Hoch von 13. Juli irgendwie nachmittags bei ungefähr 16.180. Solange wir oberhalb bleiben, bin ich noch mal nicht so richtig pampemuselig. Aber ich muss mir schon die Frage stellen, warum ist er so kurz? Was? Hattet ihr keinen Bock? Konntet ihr nicht mehr? Was ist los? Das macht im Moment nicht so den ganz schlanken Fuß. Also da bin ich nicht ganz so glücklich. Das ändert vorläufig nichts an dem übergeordneten Bild. Ich hätte es allerdings schon gerne gehabt, wenn er es jetzt schon gemacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre die sauberste Lösung gewesen. Aber wenn er denn jetzt zumindest hier einen überlappungsfreien Anstieg aufrecht erhält, ist alles gut. Es ist nicht gleich Sodom und Gomorra angesagt, wenn der Kurs hier durchgeht, durch die 16.180. Aber dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, was ist das? Also wir haben ja einige Longpositionen bei DAX-Titeln. Die Deutsche Bank beispielsweise, da ist der Stopp schon relativ dicht am aktuellen Markt. Schon deutlich im Plus, das ist die gute Nachricht. Aber naja, er ist halt deutlich dran. Und dann fliegen wir da halt dann raus. Dann ist es halt so. Dann, wenn die es hier nicht klar hinkriegen, dann nehmen wir da halt das, was wir noch kriegen konnten an Gewinn mit. Und wenn es dann hätte mehr sein sollen, ja schade, aber dann halt vielleicht beim nächsten Versuch. Ja, also das ist dann tatsächlich so der Fall, wenn die Marktteilnehmer es nicht so sehr wollen. Beim DAX ist es im Moment nicht so deutlich. Also gefällt mir hier an der Stelle nicht so sehr. Aber noch nichts wirklich Schlimmes kaputt gegangen. Also was ich jetzt ganz doof fände, erst mal, wenn wir hier irgendwo in den unteren Bereich die 15.500 sehen, es gibt noch eine Marke hier, die theoretisch, die man nochmal überlegen müsste, eine 78er Marke, die liegt ungefähr hier. Das müssen wir aber im Moment nicht thematisieren. Aber ich sage mal 15.500, so diesen Bereich hier. Alles, was noch oberhalb ist, ist okay. Aber das würde zumindest mal einen kleinen Knacks geben. Das muss dann schon hoffnungsvoll so eine Seitwärtskorrektur hier werden. Und die Form sieht nicht so aus. Deshalb zicke ich da so ein bisschen rum. Das passt nicht so richtig. Dann hätte das Korrektiv hier hochgehen müssen. Also da bin ich ein bisschen unsicher. Und deshalb, für uns gilt ein Holzstopp hinterherziehen und mitnehmen, was man noch kriegen kann. Zumindest mal jetzt auf der Ebene. SAP oder andere Titel, die jetzt schon langlaufend sind, die laufen auch wahrscheinlich noch weiter. Das muss man jetzt nicht sofort da in enge Stopp-Niveaus bringen. Aber es ist zumindest mal eine gewisse Einschränkung. Also, wir sehen es. Der gesamte, der große Bullenmarkt ist noch nicht wirklich in Gefahr. Der kleine Bullenmarkt allerdings kann durchaus jetzt erstmal in die Pause kommen. Die Marken habe ich euch dafür gezeigt. Euch erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Bis zum nächsten Mal.